Hallo und willkommen auf pocketpc.ch, ich bin Chris und ich zeige euch heute ein kleines Unboxing zum Lumia 950 XL. Als Größenvergleich nehme ich den Originalkarton des Lumia 930. Hier kann man schon sehen wie groß der Karton der neuen Lumia ist. Also schon ziemlich sehr groß und ich würde sagen wir packen das Gerät jetzt mal aus. Als erstes was heraus erscheint ist das Gerät. Das wurde natürlich schon vorher herausgenommen. Jetzt legen wir hier ein paar Seiten. Hier haben wir eine Kurzeinleitung und einen Sky Online Gutschein. Des Weiteren sehe ich gerade, dass ich das gerade falsch herum reingepackt habe, sind hier die nötigen Kabel drin. Ein USB-C Kabel zum anschließen am PC zum Beispiel und ein Quick Charge Ladeteil. So. Mehr gibt es nicht in den Karton. Also wieder mal keine Köpfhörer leider. Aber damit müssen wir uns wohl abfinden. Ich zoome mal kurz rein, damit ihr das Gerät besser sehen könnt. So, ich hoffe man erkennt es. Das Gerät wirkt ziemlich dünn und es ist sehr sehr leicht. Es ist teils ein bisschen kleiner als das Lumia 900, Entschuldigung, als das Lumia 1520. Einen kleinen Größenvergleich werde ich euch aber später noch zeigen. So, hier seht ihr die neuen Tastenanordnung des Geräts. Was ist nun gerade scharf zu stellen für euch? Lauter Taste, leiser Taste, Power Taste und hier eine Kamerataste. Auf der anderen Seite gibt es gar nichts. Oben eine 3,5 mm Klinken. Steckerbuchse und unten das USB-C. So, ich denke mal das war's fürs Erste. Wir haben das Gerät jetzt ausgepackt und im nächsten Video werde ich euch einen kleinen Vergleich zeigen, wie das im direkten Vergleich zum Lumia 1520 wirkt. Auf Wiedersehen. Wir schauen. Bis zum nächsten Mal.